Wie du sehen kannst, ist es draußen schon ziemlich bewölkt, aber bei den meisten Menschen ist es auch ziemlich umnebelt, auch bewölkt, weil sie sich denken, man braucht nichts machen, man kann das alles so sein lassen und das Wetter macht zum Beispiel auch immer das, was es möchte. Da kannst du auch nicht Einfluss nehmen und kannst dir sagen, heute ist mal Regen, morgen ist Sonnenschein, morgen sind 100 Grad, morgen sind 50 Grad, morgen ist minus 20 Grad oder dergleichen, sondern du musst dich dem anpassen. Das, was du den lieben langen Tag machst, das kannst du aber verändern. Da kannst du für dich sagen, ich möchte morgen das und das und das haben, wenn du denn daran arbeitest, wenn du aber nichts machst, nicht für deinen Erfolg arbeitest, dann wird alles so bleiben. Es ist halt nur die Frage, ob du das möchtest, ob du dir sagst, das ist etwas, das spricht dich an und wenn dich das alles anspricht, dann knipst bitte jetzt mein Video ab, deabonniere mich und fang damit wieder an, wo du gestern und die ganze letzte Zeit mit begonnen hast. Mach das einfach wieder. Fändere dich nicht und irgendjemand wird dann zu dir sagen, hey, du bist ja noch genauso wie in der Grundschule. Geniale Einstellung. Arbeite einfach da mal dran, stell dir die Frage, was du möchtest und spätestens dann wirst du vielleicht irgendwann mal zu der Erkenntnis kommen, da muss was passieren. Oder passiert bei dir was gerade. Das ist sehr gut und ich begrüße das. Also arbeite daran, arbeite an das, was dich erfolgreich macht und in diesem Sinne bis dann.